Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Du wehne zum heiligsten Herzen Jesu, zweiter Tag. O mein Jesus, du hast gesagt, wahrlich, ich sage euch, bittet und ihr werdet empfangen, suchet und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan. Siehe, ich klopfe an, ich suche und bitte um die Gnade im Anliegen der Gottesmutter. Vater unser, der du bist und geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Über. Gegrüßet seist du, Maria, Volk der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Heiligstes, Herr Jesu, ich vertraue und hoffe auf dich. O mein Jesus, du hast gesagt, wahrlich, ich sage euch, worum ihr meinem Vater in meinem Namen bitten werdet, das wird er euch geben. Siehe, ich bitte deinen Vater in deinem Namen, um die Gnade ganz der Herren zu gehören. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel es so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Über. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, ist gebeneid unter den Weibern und gebeneid ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und aller Zeit und in Ewigkeit. Amen. Heiligstes Herz, Jesu, ich vertraue und hoffe auf dich. Amen, Jesus, du hast gesagt, wahrlich, ich sage euch, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte niemals. Siehe, ich stütze mich auf die Unfehlbarkeit deiner heiligen Worte und bitte dich demütig um die Gnade der vollkommenen Willensübergabe an die Herren. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und allerzeit und in Ewigkeit. Amen. Heiligstes Herz Jesu, ich vertraue und hoffe auf dich. Heiligstes Herz Jesu, Quelle alles Guten, ich bete dich an, ich glaube an dich, ich hoffe auf dich, ich liebe dich und bereue alle meine Sünden. Dir schenke ich mein Herz, mache es demütig, geduldig und drein und in allem deinen Wünschen entsprechend. gib, o guter Jesus, dass ich in dir lebe und du in mir. Beschütze mich in Gefahren, tröste mich in Bedrängnissen und in Trübsal. Gewähre mir die Gesundheit des Leibes, deinen Segen für alle meine Werke und die Gnade eines heiligen Todes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kind, der lieb, uns allen deinen Segen gibt. Amen. 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 Vielen Dank.